Hallo. Ich habe den Kartoffeln zugeworfen, aber die wollen nicht. Schauen wir mal. Ja, komm rein und jetzt schauen wir mal, ob dir was auffällt. Ja, doch, da wäre ich auch sehr viel paarungsbereiter. Das, ja, das, ähm, ich glaube, das ist richtig, oder? Ja, doch, das, ja, doch, das ist, ähm, ja. Jetzt könnte ich mir schon so vorstellen, dass der, dass der... ...tach.